Du hast es erst schon gesagt, für ein Kind, ein Kind weiß ja nicht, dass das nicht in Anführungsstrichen normal ist, was ich da erlebe. Es ist ja erst mal so ein Zustand, ich bin hier in dem Zustand und merke erst ein paar, viel, viele Jahre später, nee, irgendwas ist da doch sehr, sehr speziell. Und du hast das irgendwann mal in einem Interview, hast du gesagt, Trauma ist, wenn man mehr auf einen, Trauma ist, wenn mehr auf einen einprasselt, als man verarbeiten kann. Wie hast du das damals verarbeitet, also diesen Rucksack, von dem du erst schon gesprochen hast, ohne da jetzt psychologisch oder innerer Arbeit mäßig reinzugehen? Den Zeigefinger, den kenne ich auch, ohne diese Art von Trauma oder Traumata in dem Fall sogar schon erlebt zu haben. Du meinst jetzt Mutter, Vater, alles? Ja, wie sich das dann genau, also das ist ja, ich würde sagen, es ist ja nicht nur ein Trauma, sondern das ist ein bisschen mehr. Ich glaube, das war in gewisser Maßen am Anfang in Traumform. Also reden nachts, schlafend? Schlafend, Begegnungen nachts in Träumen mit meiner Mutter. Konvulsives Weinen. Was ist das? Konvulsiv? Weinkrämpfe, wenn du wirklich nicht eine Träne verdrückst, sondern wenn du in einen Zustand gerätst. Und also heute würde man sofort einen Kinderpsychologen zurate ziehen und das begleiten lassen, therapeutisch. Aber das war halt eine andere Zeit. Insofern gab es das Modewort Resilienz damals, aber hat man nicht wirklich benutzt. Das gab es schon. Ich denke, das muss es gegeben haben in der Psychologie. Aber es war halt jetzt nicht so weit verbreitet, weil wir uns gesellschaftlich viel mehr damit auseinandersetzen, dass wir wissen mittlerweile, dass wir alle einen an der Klatsche haben, dass wir alle was mitbekommen haben, dass die Welt Heilung braucht. Früher in den 80ern, in den 70ern, als ich groß geworden bin, da hat man ja über politische Missstände geredet, aber wirklich wenig Überheilung. Die Linken waren ja auch wahnsinnig hart in ihrer Argumentation und in ihrem Absolutismus und in ihrem totalitären, das sieht so aus und nicht so und so und das ist falsch, da wurde ja vehement diskutiert. Und mittlerweile sind wir da, wenn auch die politischen Fragen nicht geringer, sondern eher zwingender geworden sind oder einfach auf eine andere Art verlagert, also ist ja schon irgendwie das Wissen darum, wie sensibel die Seele von jedem Einzelnen von uns ist. Und dass es keine wirklich harten Typen gibt, sondern ein harter Typ hat einfach nur viel Angst und da liegt viel drüber. Deshalb ist die Verteidigungsbereitschaft sehr hoch und die Lagen, die über dem weichen Kern liegen, aber raue Schale weicher Kern zeigt mir einen, der keinen weichen Kern hat. Und das ist hinten anders in die Mitte der Gesellschaft reingekrochen und eingesickert. Und ich glaube, ich habe als Kind Gott gegeben dann auch später dann mich in eine gewisse Autonomie zurückgezogen. Also das war dann durch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch dass ich keine Lust mehr hatte, wie jedes Kind, eigentlich fast jedes Kind in dem Alter vom Gutwill meines Vaters abhängig zu sein, abgesehen davon, dass er dann gestorben ist, als ich 15 Jahre alt war, war das so. Und jetzt sind die Karten so gemischt, jetzt stirbt meine Oma auch noch an Speiseröhrenkrebs, jetzt mache ich mein Ding alleine. Also Baum? Voll Baum. Das ist mir ja so gespiegelt worden vom Universum, von meiner biografischen Werdegang. Wie soll es denn das anders lesen, als das soll so sein, das nehme ich an, mal gucken, was noch passiert. Und das war dann ein ziemlich vehementes Leben, wo ich das Schicksal dann auch rausgefordert habe, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, zwischen schreiendem Schmerz und gleißender Lebenslust mich angeboten habe und mich draußen rumgetrieben habe. Und dann kam der Unfall da beim S-Bahn-Surfen und dann lag ich im Krankenhaus und hatte eine 10 cm Schädel, Fraktur, Jochbein war kaputt und Wirbel waren angebrochen. Heidenglück gehabt, dass ich nicht im Rollstuhl gelandet bin. Und so Dinger gingen dann peu à peu weiter, bis ich dann angefangen habe mit der Schauspielerei und da irgendwie so ein Maß an Ausdruck gefunden habe, wo ich dachte, so irgendwie will ich ja auch, dass das gesehen wird. Und ich wollte, dass mir zugehört wird und ich wollte irgendwie einen Raum haben, wo ich sein konnte mit all dem, was in mir genagt hat. So in der Natschel war das so ein bisschen die Kurve des Umgangs. Ab einem gewissen Alter war es dann auch mich natürlich als alleine begreifen. Dadurch, dass mir die Karten so gespielt wurden, dadurch, dass die dann alle weg waren, war dann okay, alles klar, so soll es sein, dann soll es jetzt so sein. Und dann war ich halt Vollbaum und dann habe ich auch auf den Wald natürlich Rücksicht genommen, aber ich habe mich primär um den Baum gekümmert und war jetzt nicht der Beziehungsfreudigste und war relativ kompromisslos im Verteidigen meiner Autonomie. Und wollte ja dann noch weg aus Deutschland und habe dann irgendwie eigentlich immer eher viel, aber wenig langfristige Beziehungen zum weiblichen Geschlecht kultiviert. Also ich bin dann so meiner Wege gegangen. Also es war ein, das Schicksal sagt, ich habe ja, die Familie ist nicht mehr da, also der Wald und jetzt lebe ich quasi nach dem, was mir vom Universum gespiegelt wird. Und das ist ja natürlich für einen jungen 20-Jährigen, der dann Jack Kerouac on the road und so weiter liest, ist ja ein prima Narrativ. Also da ist dann auch sicherlich, du weißt, du bist so ein bisschen anders, du weißt, deine Story war so ein bisschen krasser und das neigt dann natürlich auch dazu. Auch wenn ich dieses Profil jetzt nach außen nicht, so viel wie ich jetzt dir oder in Interviews in letzter Zeit davon erzähle, so viel habe ich früher gar nicht erzählt. Aber ich habe diese Haltung in mir so kultiviert, diese Selbstsicht und auf die hatte ich irgendwann keine Lust mehr, weil keiner von uns als Baum ist alleine lebensfähig. Ich habe früher so Sätze gesagt wie, bist du alleine geboren, wirst du alleine sterben. Ich meine, als wäre irgendjemand alleine, habe ich wirklich gesagt. Als wäre irgendjemand alleine geboren. Keinem von uns wünsche ich, dass er alleine stirbt oder sie. Und insofern ist diese Sehnsucht und diese Lust aufs Miteinander und irgendwann halt auch meinen Rucksack abzunehmen und zu sagen, okay, so, die Sachen bringe ich jetzt in Kontakt, die verhandle ich nicht mehr mit mir, sondern ich will die mit Menschen, die auch Dinge erlebt haben. Ich will hören, ich will gemeinsam Mensch sein. Ich habe Lust auf einen Austausch. Ein kluger Mann hat mal gesagt, was in Beziehung, Thomas Hübel war das auch, was in Beziehung kaputt gegangen ist, kann nur in Beziehung geheilt werden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Matze und ich bin ganz, ganz neu hier auf YouTube. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr dem weiterempfehlt, wenn ihr den liked, wenn ihr in den Kommentaren irgendwas reinpostet. Und ich freue mich, wenn ihr ein bisschen weiter hier rumklickt. Hier gibt es noch ein Video zu sehen, da gibt es noch ein Video zu sehen. Und ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Ciao.